Hier kommen unsere Top 5 Tipps für eine richtig nice Recording Session. Als erstes würde ich sagen, ist es ganz wichtig, eine Songvision mit dem Künstler zu teilen, damit man auch dasselbe Ziel erreicht. Sprich, wie sollen die Vocals hinterher klingen, wie soll der Beat klingen, wie soll beides gemeinsam klingen, dass man sich da schon Gedanken macht, dementsprechend auch das Mikro aussucht, sich die Chain zusammenstellt und die Aufnahme beginnt. Der zweite Punkt ist für mich die Vorbereitung und da an erster Stelle stehen die Templates. Es ist ganz wichtig, wenn man die Session startet, dass man seine DAW öffnet, sofort ein Template startet und so direkt in den kreativen Prozess einsteigen kann, ohne gleich viel ruten zu müssen oder irgendwie die Zeit dadurch aufzuhalten. Der dritte Punkt für mich ist auf jeden Fall das Einpegeln und da ist ganz wichtig, habe ich jetzt über die Jahre gemerkt, dass man auch beim Pegeln schon alles aufnimmt und auch behält, weil oft sind die ersten Takes diese Magic Takes, die auch wirklich die Energie, den Vibe gecatcht haben und man nicht zu verkopft rangegangen ist, sondern man eigentlich nur einpegeln wollte, also immer behalten. Weil wir haben schon oft Sessions gehabt und auch Songs, wo es dann war, ey, jetzt ist alles so sauber, man hört, dass ich die ganze Zeit nachgedacht habe, wie es klingen soll, aber dieses freie, offene, unbeschwerte, wie in den ersten Takes, dass es nicht da hat, lass uns mal bitte auf die zurückgreifen. Ganz wichtig ist der Workflow und Know Your Shit, also das heißt für mich, kenne dein Equipment, weiß, welche Plugins du an Bord hast, welche du nutzen willst, man braucht keine hunderte Plugins, sondern arbeite gezielt mit den Plugins, mit denen du dich auskennst, kenne deine Shortcuts, kenne deine Software, damit der Workflow beim Aufnehmen wirklich reibungslos funktioniert und nicht unterbrochen wird durch irgendwelche Routing-Geschichten oder ausprobieren, welches Plugin wir jetzt doch nehmen wollen oder doch ein anderes. Für mich mit der wichtigste Punkt ist der fünfte und das ist einmal, dass die Egos zurückgestellt werden. Und das jetzt besonders bezogen auf die Engineers, weil ich habe das oft bei Engineers gesehen, auch bei mir auch damals schon ein paar Mal beobachtet, dass ich dann versucht wollte, etwas durchzusetzen, weil ich zum Beispiel gelernt habe, nee, das kann man nur so machen in dieser Reihenfolge, ein EQ setzen wir nur so ein, ein Kompressor nur so. Und oft haben die Künstler Ideen so, ey, können wir nicht irgendwas mit dem Effekt damit machen, weil die haben teilweise keine Ahnung von der Materie, aber kombinieren nur und denken sich, ey, das müsste doch irgendwie funktionieren. Einfach alles mal ausprobieren, dann weiß man, ob es gut ist oder nicht. Und ich habe auch oft eine Überraschung erlebt, dass dann plötzlich so, ey, was ist das denn für ein krasser Effekt, direkt gespeichert als Preset und dann in anderen Songs wird angewendet. Das ist das, das ist der Grund.